So, Powerbabys in der Nähe, die man so noch sehen kann. Ne, ne? Okay, warte. Und zack. Ich finde das Spiel bisher großartig, das macht super viel Spaß. Ne, ich seh gerade keine Powerbabys. So. Mal ne Stufe runter. Ich denke, wir können da ruhig hin. Boah. Ich finde das super lustig, dass man halt hier wirklich den Controller sieht. Powerbaby irgendwo. Nee, wie es scheint. Tatsächlich gerade eher nicht. Oh, warte, warte. Das geht so aber nicht. Das geht so nicht. Halten wir mal fest. Das geht so natürlich nicht. Da oben ist Powerbaby. Damn, I thought we were never gonna get out of there. I mean, helping people move is the worst. They always make it seem like it'll be easy, but it never is. You know, even if it's just a couple of things. And then they offer to buy you a pizza or something. Like, that's a fair trade. I don't think so. It's a bunch of bullshit, partner. It's pretty good moving up there, moving those boxes up there. It's a pretty good move. I hope somebody shits on their boxes. So, ihr hessigen Filz gestalten. Weg mit euch. Ich hoffe, wirklich kein Baby zu übersehen. Wie dem auch sei, öffnen wir die kurz. So. Okay. Kenwin. Pinky P. Jenkins. Oder Junkins. Dieser Hurensohn schuldet mir noch 20 Schnaten. Verdammt nochmal. Motherfucker. Okay. Oh. Ja, aber theoretisch schafft man den Sprung. So. Zwangsneurose. Tch. Anscheinend kann man auch hier hoch und dann da so rüber. Oder wie? Wofür soll die Stufe sonst sein? Oh, warte. So, erfüllt das irgendeinen Zweck? Nicht wirklich, ne? Da hinten ist ein Powerbaby. Aber ich glaube, das ist noch zu weit weg, als dass ich es anziehen könnte. Also da hinten in dem Löchelein. Ansonsten ist hier keins. Okay. Und ja. Da sind noch Pilze. Und ja, sollte man den Sprung anscheinend auch geschafft. Okay. Wie dem auch sei. Ah, ja. Okay, warte. Das mit dem Interagieren als Spielelement ist auch interessant. So, da ist das Powerbaby. Kann ich es jetzt anziehen? Ja, können wir. Oh, das ist ein großes Powerbaby. So. Cousin fuck yeah. Dieses Powerbaby unterhält einen Untergrund-Wetring, in dem hungrige alte Powerbabys in einem Becken voll alter Mahlzeiten ringen. Okay. Oh fuck. Nein, 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 weg da. Oh. Alter, Maul, so. Da oben ist ein Powerbaby, warte mal. Oh, warte. Na, er rutscht runter, warte, 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 warte. Na? Na, haben wir hier noch zufällig ein? Das ist noch zu hoch, leider. Ne, nicht wirklich, ne? Ah, warte mal. Vielleicht muss ich auch erst näher dran sein, um das richtig zu sehen. Okay, warte mal. Ich komme gleich darauf zurück, das Powerbaby hätte ich gerne. Okay, wir haben hier noch zufällig ein paar Leute. Ja, wir haben hier noch zufällig. Ja, wir haben hier noch zufällig. Ja, wir haben hier noch zufällig. Ja, sie kamen hier und sie denken, dass sie das Rezeptabel bekommen. Nein, nicht wegen uns. Wir haben hier noch zufällig. Ja, wir haben das alles auf. Fuck you. Fuck them, ich meine. Hey, fuck you. Fuck them, I don't care what you said, you just said fuck you to me. No, I meant to say, I was trying to say fuck them, because we don't like them. Yeah, but you said fuck you to me, man. That's fucking bullshit. Fuck you, man. Try to fucking apologize. Fuck you, because you didn't apologize to me. I'm gonna fucking kick your ass. No, you won't. I'll kick your ass. You're a fucking piece of shit. So, ich will da hoch, verdammter Gast. Warte mal. Ich brauch den Würfel nochmal. Das mit der Pflanze ist doch kacke. Und da I π wasser Fuck. Cause Did your parents make you practice morning, noon, and night until they ruin your love für Puzzles solving, leaving you to resent them, all the while they were thinking that they were doing you a favor, when in reality they were just pushing their own unhealthy addiction on you, is that how you got into them? So, okay, Simi Warbird, dieses Powerbaby ist der Erfinder, der, hey, nee, nee, ein Elektrohalsband, und dass dein Nachbarn davon abhält, mit seinem Fleisch-Eklat, mit Sahnefüllung rumzublödeln, okay. Na ja, Puzzle würde ich das jetzt gerade nicht nennen, ne. Okay, die kämpfen. Gucken wir mal, so was passiert. Ja, killt euch doch mal. Das wäre ganz nice. Oh. Brudermord hat es auch ungeschafft bekommen, okay. Oh, mein Gott. Oh, I'm a murderer. Oh, I'm a horrible, oh. I'm a killer. I'm a cold-blooded killer. Oh, 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 oh. Why did I do it? I feel remorseful about this. I feel sad about this. Why did I do this? Oh, no. No. Oh, my God. Oh. Oh. Oh, I'm a murderer. Oh, I'm a horrible, oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Why did I do it? Sie hat ihn und sauviele Shroobs. Was sind Shroobs? Ist hier noch ein Powerbaby in der Nähe? Ich bin ein Mörderer. Ich bin ein schreckliches... Ich bin ein Killer. Ich bin ein kaltes Blödenkiller. Warum habe ich das gemacht? Ich fühle mich über das verheiratet. Ich fühle mich schade über das. Warum habe ich das gemacht? Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Okay. Ben, wir sein Leiden. Oh, geile Mucke. Geile, geile Mucke. Ich muss erst alle Pilze abfacken. Oh. Ja, komm. Okay, dann fack ich euch als erstes ab. Na, komm her hier. So. Eben kurz die Pilze klatschen. Zack. Und jetzt dich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das war ein bisschen eine Challenge. Das war die Zeit. Na ja, geht so, ne? Mit der Challenge. Ich will kein Power-Baby übersehen, verdammte Axt. Okay. Übrigens, das Alien hier, also wo ich jetzt gerade hingucke, das sieht vom Schädel her interessant aus. So. So. Jeez, this place sucks. It's another stupid puzzle. You know, I'm sick and tired of these puzzles. You know, this isn't what it's supposed to be about, you know? Oh, hey, look at you, solving this puzzle, huh? Yeah, wait, wait, wait. Wait. So. I mean, this is just a bunch of puzzles. I mean, this must be a lawyer's wet dream, this place. This is where lawyers are squirted. Oh, Trova, please. So. Wow, man. I gotta tell you, this new ability to move shit around is really being helpful. And I'm very impressed with you with your puzzle stuff. Because I'm glad I don't have to deal with this shit. I don't want to deal with no stupid ass puzzles. I'm glad you're doing it. Are you working on figuring this thing out? Man, I gotta give you credit for getting up here, getting us both up here. I think we make a pretty decent team, you know? There's a power baby, power baby. Power baby. Power baby. It's all. It's all. Hey, what's going on? I'm Upgrade Tina. I'm just having like a little garage sale right now, trying to clean out my hut. Free up some space, you know. Oh, you interested in buying anything? Yeah, what do you got? Uh, so I got an overflowing urn filled with big Jim's ashes. Um, I got a bag of sad chips, because when the chips are down, then you're probably eating sad chips. Oh, I also got a power baby upgrade. Huh, how much for the power baby upgrade? Interested in the power baby, huh? I like the cut of your jib. Tell me, tell you what, sir. I'll make you a deal. My pet mushroom character is over there in the middle of all those mushroom monsters. If you go rescue him, I will give you this roll upgrade. But how do we know which one is your pet? I mean, they all look the same. Hey, don't give me that. Don't, don't you give me that nonsense. You know the difference between a pet and a monster. Come on. Ähm, yeah. Sollte man meinen, aber... Diese beiden Experten tun dies nicht. Irgendwas superinteressantes für mich. Nein, oder? Kann man da eigentlich drunter? Nee, kann er nicht. Okay. Aber vielleicht ist ja das eins der Upgrades. Wir kriegen auch anscheinend noch ein Upgrade. Also, Trova hat ja den Schwertangriff und den Doppelsprung. Wir haben Stuhl drehen, Stuhl aufpoppen und greifen. Ja. Oh. Oh. So, Terry Trenchcoat. Terry ist der stolze Besitzer des saugfähigsten Regenmantels der Welt. Er kann bis zu drei Becher tartarischer Testiclesauce aufsaugen, okay? Klingt super ekelhaft. Warte, warte, warte. Ich habe eine Mission. Partner, komm, das ist warte. Ich will die Hölle raus. Pick up die Power Baby und los. Let's go! Okay, runter. Ja, 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 runter.